Digga, ich habe mich noch nie in meinem Leben so sehr erschrocken, ne? Ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr erschrocken! Das ist unfair! Oh mein Gott! Okay, ja, ähm, ich weiß, es ist eventuell jetzt nicht der, ähm, der mutigste und abenteuerhaftigste Moment von mir, dass ich mich einfach instant hochbaue. Ähm, ja, hatte jetzt nicht so viele andere Möglichkeiten. Das war jetzt der erste Reflex. Ich brauche irgendwas, womit ich dich down bekomme.